Was ist ein Wickerschein? Wickerschein von Yakut Tawashi. Also gut, sagte Kass... Kagaka? Ne. Ich tippe mal, das ist ein Z. Katsaga. Warum wollt ihr nicht reden? Zaki stellte einen Gru... Moment, ist das ein... Was ist das für ein Buchstabe? Ich muss mal kurz gucken. Das ist ein Z. Okay. Zaki stellte seinen Krug mit hin und starrte seine Ehefrau einige Sekunden lang an. Schließlich sagte er widerwillig... Bah! Weil jedes Gespräch, das ich führe, in alphabetischer Reihenfolge verläuft, Liebling. Genau wie ich euch gesagt habe. Ich denke, der einzige Weg, das zu verhindern, ist gar nicht mehr zu sprechen. Chamomilchen? Chamomilchen, kann es nicht sein, dass ihr euch das nur einbildet? Fragte Kassaga geduldig. Das wäre nicht das erste Mal, dass ihr eine verrückte, paranoide Einbildung habt. Der siezt, die siezt ihren Ehemann, okay. Ändet ihr euch, wie ihr dachtet, dass sich der kaiserliche Kampfmagier aus Schwarzmarsch lüstend hinter jedem Bauern versteckte, mit der Absicht, euch in einen, einen, euch einen fetten, kahl werdenden Schneider in mittleren Jahren... Oh! Zu seinem persönlichen Sexsklaven zu machen? Da steht er nicht wirklich, oder? Das Spiel ist... Okay. Gut, das Spiel ist ab 16, aber nicht jeder findet hier Bücher und ich lese das im Let's Play vor. Okay. Ihr müsst euch dafür nicht schämen, aber es ist Cheoguras Art, uns allen manchmal etwas verrückt zu machen, wenn ihr zu dem Heiler gehen würdet. Das ist doch die Höhe, Kassaga! Stieß Zagi wütend hervor, stürmt hinaus und knallte die Tür hinter sich zu. Bäm! Er stieß beinahe mit Siyasat zusammen, seiner Nachbarin. Entschuldigung, sagte sie zu Zagis Rücken. Er presste die Hände auf die Ohren, als er die Straße hinunterstürmte und um die Ecke zu seiner Schneiderei bog. Sein erster Kunde wartete bereits vor dem Laden und lächelte breit. Zagi versuchte, sein Temperament zu zügeln und holte den Schlüssel hervor, wobei er das Lächeln des Kunden erwiderte. Feiner Tag, nicht wahr? sagte der junge Mann. Grundgütige Götter, brüllte Zagi, schickte den Jüngling mit einem gut platzierten Faustschlag in den Staub und eilte davon. Halt nicht, müsste ich den anderen springen. Bevor er die Halle betrat. Hallo, wie geht es euch heute? Satsaki, Saf? Was sind das für Namen? Ich benötige dringend einen Termin bei Tarso, sagte Zagi in seinem gelassenen Tonfall. Ja, nur eine Sekunde, lasst mich nachsehen, wie sein Terminplan aussieht, sagte Halka und schaute dabei auf eine Schriftrolle. Handelt es sich um einen Notfall? Kann schon sein, sagte Zagi und schlug sich vor den Kopf. Warum konnte er nicht Ja sagen oder Absolut oder Sicher? Lass mich einmal sehen, sagte Halka, stirnrunzelt. Hm, das Beste, was ich euch anbieten kann, ist das nächste, ist nächsten Mittags. Ginge das? Mittags? Rief es Zagi. Bis zum Mittag bin ich vollkommen durchgedreht. Gibt es keinen früheren Termin? Er kannte die Antwort, bevor sie ausgesprochen wurde. Es gab keine Alternative. Und irgendwie hat er diese Antwort herbeigeführt. Wenn er das Gespräch nur bis Y oder V im Laufen gehalten hätte. Nein, sagte Halka, tut mir leid. Soll ich den Termin notieren? Zagi ging Zähne-Kinderschen weg. Er wanderte ziellos und mit gesenktem Kopf durch die Straßen, um jede Konversation zu entgehen, bis er schließlich aufsah und feststellte, dass er den ganzen Weg bis zum Hafen gegangen war. Eine angenehme Brise blies über das Wasser und er nahm einige tiefe Atemzüge, bis er sich beinahe wieder normal fühlte. Nachdem er sich beruhigt hatte, konnte er wieder klar denken. Was, wenn diese alphabetische Konversation gar keine Wahnvorstellung war? Was, wenn das, was er fühlte, keine Paranoia, sondern eine besonders klare Wahrnehmung war? Er wusste, es war das klassische Dilemma. Bin ich verrückt oder geht es wirklich etwas Seltsames vor? Auf der anderen Straßenseite befand sich ein Laden namens Paragadox, der eine Auswahl an Kräuterkristallen und Kugeln eingefangenen Dämpfern bot. Auf einem Schild mit Fenster stand, mystische Beratung von Sonnenaufgang bis Mittag. Er war ein Versuch, es war ein Versuch wert, obwohl Sagi seinen Zweifel hatte. Die einzigen Leute, die normalerweise hier unten am Kai nach Heilung suchten, waren dumme Abenteurer, die es nicht besser wussten. Weihrauch warbete in ausgedehnten Rosa und goldenfarbenen Schwaden durch den Laden, die Unordnung im Inneren verdeckten und dann wieder offenbarten Totenmasken. Der Jijik blickten finster von den Wänden herab. Rauchfässchen hingen an den Ketten von den Decken und der ganze Raum war ein Labyrinth aus Bücherregalen. An einem abgenutzten Tisch im hinteren Bereich saß ein kleiner Mann, der eine Kopfschmuck trug und die Einkäufe einer jungen Damen zusammenrechnete. Okay, sagte der Mann. Das macht 57 Goldstücke. Ich habe eine aufbauende Antischuppenspülung gratis zugelegt. Jetzt neu im Regal. Antischuppenspülung. Okay. Und denk dran, die Kerze erst anzuzünden, nachdem ihr Goroflox, den Unheiligen, angerufen habt. Und die Allrauen wachsen am besten am Halbschatten. Die Kundin beobachtet Zaki mit einem flüchtigen, schüchternen Lächeln und verließ den Laden. Pst, bitte helft mir, sagte Zaki. Jedes Gespräch, das ich höre oder in das ich verwickelt werde, scheint alphabetisch geordnet zu sein. Ich weiß nicht, ob ich verrückt werde oder da irgendwelche bizarren Kräfte am Weg sind, um ganz ehrlich zu sein. Ich bin normalerweise skeptisch, wenn es um eure Art von Geschäft geht, aber ich bin mit meiner Kraft am Ende. Könnt ihr irgendetwas tun, um diesen Wahnsinn ein Ende zu bereiten? Quid pro quo, natürlich. Das ist übrigens ein wahrhaft weit verbreitetes Problem, sagte der Mann nun tatsächlich. Und tätschelte Zaki am Arm. Ach so, dann ist das... Aha, wenn ihr am Ende des Alphabet gelangt, kennt ihr die Konversation... Ne, ich tue mal so, als wäre es etwas älter. Wenn ihr am Ende des Alphabets gelangt, dann geht die Konversation dann umgekehrt in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge weiter oder startet sie erneut am Anfang des Alphabets. Reihenfolge. In umgekehrter alphabetischer Reihenfolge, sagte Zaki und verbesserte sich dann. Verdammt. Ich meine, es beginnt wieder am Anfang. Nochmal von vorn. Ich... Aua, ich leide Qualen. Könnt ihr diese Geister beschwören und mir sagen, ob ich wahnsinnig bin? Ach, Sauriki, sagte der Mann mit einem aufmundenden Lächeln. Das muss ich nicht. Ihr seid vollkommen normal. Tja, schönen Dank, sagte Zaki Stirnunter. Ach, übrigens, mein Name lautet Zaki, nicht Sauriki. Ungewöhnlich nah dran, hm? Sagte der Mann und klopfte Zaki sanft auf den Rücken. Mein Name ist Oktoplasma. Folgt mir bitte. Ey, das Buch ist ja der Wahnsinn. Das muss ich mitnehmen. Mir wäre fast mein zweites Headset runtergeflogen. Ich denke, ich habe genau das, was ihr braucht. Oktoplasma führte Zaki einen engen Korridor hinter den Ladentheker entlang. Die beiden Männer quetschten sich in das dunkle Herz des Ladens an staubigen Regalen vorbei, die mit seltsamen Kreaturen in Flüssigkeit unzeitlichen Stein und unzähligen in Leder gebundenen Büchern vollgestopft waren. Hier holte er eine kleine zylindrische Trommel und ein Buch hervor und reichte sie Zaki. Vampirismus, dätrische Besessenheit und Wickerschein-Therapie. Was beim Reich des Vergessens hat das mit mir zu tun? Ich bin kein Vampir. Seht euch diese Sonnenbräune an. Und was ist Wickerschein-Therapie und was wird sie mich kosten? Wickerschein stammt von dem altzerodilischen Wort Wicker sein. Was rückwärts bedeutet, sagte Oktoplasma mit ernster Stimme. Es handelt sich um die Kunst, die Richtung der Dinge umzukehren, um Zugang zur Welt der Geister zu erhalten und Flüche aufzuheben, Vampirismus zu heilen und alle Arten von apotropaischer Heilung in Gang zu bringen. Kennt ihr die Geschichte von dem Burschen, dem man sagte, dass Schlachterfische in heißem Wasser leben? Und der darauf erwiderte, gut, dann lasst sie uns im kaltem Wasser kochen. Xenophos, sagte Zaki insinktiv. Sein Bruder hatte vor 31 Jahren einmal an der Kaiserlichen Universität ein ziemlich esoterisches Oberseminar in zyrolytischer Philosophie belegt und es sofort bereut. Und wozu ist das zylindrische Ding da? Oktoplasma zündete eine Kerze an und hielt den Gegenstand darüber, damit Zaki ihn besser sehen konnte. Über den ganzen Zylinder verliefen schmale Schlitze und als Zaki hineinblickte, sah er eine Abfolge von alten schwarz-weißen Zeichnungen nackter Männer, die über Kisten sprangen. Ein Bild nach dem anderen. Eww, pardon. Ihr dreht es so. Sagt Oktoplasma und bewegte das Gerät langsam im Uhrzeigersinn, so dass der Mann im Inneren wieder und wieder über die Kisten sprang. Es wird Zeotrop genannt. Tolles Ding, oder? Und nun nehmt es und dreht es gegen den Uhrzeigersinn. Lest dabei außerdem die Beschwörungsformel vor, die ich in dem Buch markiert habe. Zaki nahm das Zeotrop und Zoetrop und begann es über die Kerze gegen den Uhrzeigersinn zu drehen, so dass der kleine Mann darin rückwärts über die Kisten zu springen schien. Es bedurfte einiger Koordination und Konzentration, um mit gleichmäßiger Geschwindigkeit zu drehen, doch die ungeschickten und abrupten Sprünge des Mannes wurden zunehmend flüssiger, bis Zaki die einzelnen Bilder nicht mehr voneinander trennen konnte. Es sah aus wie ein kleiner menschlicher Hamster auf einer sich endlos rückwärts drehenden Tretmühle. Während er das Zeotrop weiterhin mit einer Hand drehte, nahm Zaki das Buch in die andere Hand und las die unterstrichenen Passage vor. Zeotrop gegendreh, Zeotrop gegendreh, ne, Zeotrop gegendreh, gegendreh, mach dein Ende, mein Weh. Ich flehe an die Götter, Boitia, Kynarit und Driesis. Kehret um meinen potenziellen metaphysischen Krisis. Mag mein altes Leben auch sinnlos und einfach gewesen sein, so möchte ich dennoch nicht wahnsinnig sein. Drehe das Monster um mit diesem Wickerschein. So ich flehe, Zeotrop gegendreh, gegendreh, gegendreh. Während er den Spruch aufsagte, bemerkte Zaki, dass ihm der kleine Mann in dem Zeotrop immer ähnlicher wurde. Der Schnurper verschwand und die Haarlinien wich zurück. Die Taille des Mannes dehnte sich aus und sein Kind erteil nahm die Form und die Struktur eines halb aufgeblasenen Ballons an. Die Merkmale seiner argonischen Herkunft. Ach, das sind Argonia? Scheiße. Der Mann fing an zu stolpern. Wunderlich. Als er rückwärts über die Kisten sprang, nahm er immer tiefere Atemzüge und begann zu schwitzen. Als Zaki das Ende der Beschwörung erreicht hatte, fasste sich sein Zwilling an die Brust und fiel der Länge nach über die Kisten. Oktoplasma nahm das Zeotrop und das Buch aus Zakis Händen. Nichts schien sich zu verändern, verendet zu haben. Kein Donner war zu hören gewesen. Keine geflügelten Schlangen waren aus Zakis Kopf hervorgesprungen. Keine wilden Explosionen, aber Zaki fühlte, dass etwas anders war. Auf gute Weise anders. Normal. Als Zaki in der Ladentheke seinen Goldbeutel hervorholte, schüttelte Oktoplasma bloß den Kopf. Auftreten. Spätfolgen für was? Wissen nicht Behandlungen Radikalen so... Was? Spätfolgen für was? Wissen nicht Behandlungen Radikalen so eine, weil wir können natürlich. Bezahlung keine. Sich seit Tagen zum ersten Mal wirklich gut fühlend, ging Zaki rückwärts aus dem Laden hinaus und die Straße hinunter zu seinem Geschäft. Ach, das ist die Moral von der Geschichte. Ist ja geil. Boah, das Buch ist super geschrieben. Mein Respekt an die Schreiber. Das fand ich so cool, das musste ich vorlesen. So, wo bin ich? Ah, pünktlich. Folgenende. Ich glaube, eine Folge mache ich noch. Als wäre die Schreiber. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020